Mit den Tasten W, A, S und D bewegst du deinen Spieler. Mit der Leertaste springst du und mit der Maus kannst du dich umsehen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um Blöcke abzubauen. Klicke die rechte Maustaste, um Blöcke zu setzen. Mit der Taste I öffnest du dein Inventar. Hier befinden sich beispielsweise Blöcke, die abgebaut wurden. Gegenstände, die in den ersten 8 Plätzen des Inventars liegen, kannst du durch das Drehen des Mausrads oder mit den Zahlentasten auf der Tastatur auswählen. Eine weitere wichtige Funktion im Inventar ist die Möglichkeit, sich ein anderes Aussehen zu geben. Dazu klickst du auf das Gesicht in den unteren Feldern im Inventar. Hier kannst du dir dann eines der unzähligen Designs aussuchen. Points of Interest, kurz POI, sind Orte in der Mindtest-Welt, die von den Administratoren festgelegt werden können. So können die Spieler sich schnell an diese Orte teleportieren. Dazu klickst du hier auf das große P im Inventar. Nun kannst du dich mit einem Doppelklick oder mit GO an den gewünschten Ort teleportieren lassen. Um am besten von Mindtest zu Mumble zu wechseln, hältst du die Alt-Taste gedrückt und drückst dann die Tab-Taste. Nun kannst du ganz einfach mit der Maus auf Mumble klicken. In Mumble gibt es verschiedene Räume, in denen wir uns oft in unterschiedlichen Gruppen zusammenfinden. Um einem anderen Raum beizutreten, klickst du einfach mit einem Doppelklick darauf. Schon kannst du mit deinen Gruppenmitgliedern kommunizieren, ohne die anderen Gruppen zu hören. Jetzt hast du die Grundlagen von Mindtest drauf. Wir freuen uns sehr, dich auf dem Mindtest-Server der Computerspielschule Stuttgart begrüßen zu dürfen. Bis bald!